Willkommen zu Folge 53 von Let's Play, Sheldred mit Reddlet hier am Mikro. So, oh Moment, mein Monitor ist ein ganz kleines bisschen zu hell. Das muss ich jetzt gleich mal ein bisschen zurückstellen. Ja, so ist gut. Sehr schön. In der letzten Folge, wenn ich hier M drücke, haben wir drei Trupps draußen. Einmal Edward und Janet, Harold, Christine und Betty und Angela. Betty und Angela war der letzte Trupp, den wir rausgeschickt haben. Die haben, glaube ich, Schutzwesten. Die anderen beiden haben nichts. Nee, Quatsch, wir haben niemanden Schutzwesten mitgegeben. Na, wir können einfach mal in unser Lager gucken und dann sehen wir auf alle Fälle, wenn genug da sind, dann haben wir keine mitgegeben. So einfach ist das. Tankstelle ist das nächste Ziel oder die sind schon da. Ich weiß es nicht. Okay, da müssen wir erstmal nichts machen. Wir müssen lediglich warten, was die anderen so finden. Uiuiuiui. Das ist auch so ein Zickzackgerödel, was wir hier machen. Und hier sind die bösen Buben. Hier müssen wir böse aufpassen, weil wir keinerlei Schutzausrüstung haben. Das habe ich hier weggelassen. Okay, dann haben wir ein bisschen Luft, um alles so klein wenig zu reparieren oder hier ein paar Sachen umzubauen. So, 21, das nehme ich mit und das Holz nehme ich auch mal mit. Ich spekuliere ja so ein bisschen auf ein paar neue Blueprints. So, der radioaktive Tampon. Das reparieren. Das habe ich doch erst repariert. Das kann doch nicht sein, dass das schon wieder auseinanderfällt, der Kram. Ist ja unglaublich. So. Ach, hier haben wir ja einen Blueprint. Achso, das hat man das letzte Mal gefunden. Das ist das Blitzmesser. Das gefällt mir ganz gut. Da gibt es einen zusätzlichen Bonus auf Blitzschlag. Ne, ne. Das ist Geschicklichkeit. Blitzschlag, ja cool. So wie bei, ich glaube bei Gothic 2 war das so. Oder auch schon bei Gothic 1. Bei diesem, die Klaue Belias war das. Da gab es so einen Bonus auf Blitzschlag. Das war nicht ganz witzig, das Teil. Tja, das ist die gute Frage. Nehme ich hier die Hemden mit. Wir können zur Not Seile draus machen. Also dieses Leinen und... Was kommt denn noch raus? Ach, ich weiß nicht. Irgendwas aus Stoff eben. Okay. Reino, du Vogel. Trink doch mal ein Schlückchen. Und dann gehst du ins Bett, weil der Joshua... Was macht denn der eigentlich hier? Der soll nochmal trainieren und schlafen. Wieso ist denn der eigentlich da? Das verstehe ich nicht. Kleines Haus in Sicht. Und sie könnte man noch so ein bisschen Bücher lesen. Buch lesen. Buch lesen. Den Rest macht sie selbstständig. Großer Schrottplatz. Und das ist Steven. Steven müsste alles so ein bisschen machen. Also hier trainieren doppelt. Trainieren. Ich lasse den mal unten trainieren, weil es einfach schneller geht. Reparieren. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir jetzt drei Trupps haben. Dass wir die Funke halt immer schön besetzt halten. Oder da ein Auge drauf werfen. Nicht, dass uns die tollen Sachen durch die Lappen gehen. Das wäre sehr schlecht. Reparieren. Reparieren. Das ist so die Hauptaufgabe in dieser Folge hier. Dass uns möglichst nichts durch die Lappen geht. Die Säcke lasse ich jetzt mal da. Und die Kimberley, die wird alles so ein bisschen reparieren. Sehr gut. Reino, komme ich jetzt leider nicht dran. Du bist fertig, ne? Recycler, wurstelt. Munitionspresse. Ja, hier nochmal Munition machen, dass wir immer schön den Kram auf Vorrat haben. Oh, ach du dickes Ei. Was ist das denn alles? Kupplungsseil. Kupplungsseil. Wie viel brauchen wir denn davon? Das ist ja alles. Aber eben keine Zündkerze zum Geier. Ich wollte doch die Zündkerze und nicht diesen Scheiß. Das Metall kann ich eigentlich da lassen, ne? Eigentlich kann ich das Metall da lassen. Ich weiß, das ist fünfmal Metall. Ich kann es ja vorerst mal mitnehmen. Aber das wird darauf hinauslaufen, dass wir es da lassen. So, Holz können wir hier stecken. Sehr schön. Mit den Seilen, die können wir auch stecken. Das weiß ich. Beespauschläger lasse ich da, weil der doof ist. Und die Dinger haben ja auch einen Wert, ne? Von 100. Das ist ja wirklich alles hier. Außer die Zündkerze. Die haben wir, die wir bräuchten. Dann nehme ich den Kram mal weitgehend mit. Zur Not wird der verscheuert. So. Und den Beespauschläger, soll ich den jetzt mitnehmen? Ja, nein, vielleicht. So. Schlepptop habe ich hier nicht dabei. Ne, nehme ich auch nicht mit, weil es kommt da noch ein bisschen was dazu. Und der Joshua, der trinkt nochmal ein Schlückchen und duschen, weil es regnet. Und der Rainer wird das Klo benutzen, weil es eben regnet und danach wird das sie... Ne, geht nicht. Ich wollte, dass er sie gleich wieder in den Stand setzt. Tut aber nicht, wenn sie nicht kaputt ist. Der kleine Hosenscheißer müsste mal ein Päuschen machen und Wasser trinken, schlafen. Wasser trinken... Tja, wo lassen wir den jetzt schlafen? Schlafen. Und anschließend... Ja, guck da mal. Und anschließend wirst du wieder Frequenzen abhören. Dann geht er wieder zur Funke. Und sie wird nochmal ein Buch lesen und schlafen. Und du... Das ist eigentlich nicht schlecht. Von den Werten her, der William... Der schweißt sich da ein Wolf. Der hört überhaupt nicht mehr auf. Okay, dann geh mal schlafen. Du Vogel. Ja, guck mal, was es da zu holen gibt. Mann, ich brauche Blueprints, verdammt. So, den Nagel. Reißen wir uns ebenfalls unter den Nagel. Aber das wird wahrscheinlich alles rausfliegen. Plastidüte lasse ich da. So, radioaktive Tampon. Mal gucken, wie es hier aussieht. Dat reparieren. Und unsere lustige Antenne reparieren. Unser Frühwarnsystem. Okay, hier gibt es dreimal Draht. Den nehme ich erstmal mit. Farbe nehme ich mit. Klebeband nehme ich mit. Hier wird das Benzin. Das können wir übereinander stapeln. Und das Holz auch. Nägel. Und Motoren. Tja, hm, hm. Das wäre sowieso der letzte Slot. Ist eigentlich glatt für ein Bobo, ne? Na, ich packe ihn mal ein. So, und den Rest kann ich ja sowieso nicht mitnehmen. Doch, das Metall. Guck an. Und die Dinger hatte ich auch schon eingepackt. Man sollte es eben doch einklicken, ne? Den Kram hier drin. Um einfach nichts zurückzulassen. So, Reine. Jetzt kannst du aber die Dusche reparieren. Die du benutzt hast. Du Vogel. Und anschließend wirst du nochmal ein Buch lesen. Und wieder hier hochgehen. Und der Joshua. Der Joshua. Der Joshua. Der könnte nochmal doppelt trainieren. Oder einmal trainieren und reparieren. Ist auch gut. Mist, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Na gut. Dann sage ich jetzt spätestens in. Sagen wir mal. Ja, so. Alle höchstens 20 Minuten. Alle höchstens 15 Minuten. Oh. Oh, oh. Ja, das ist jetzt echt. Ich muss mal gucken. Zur Not bleibt mir nichts anderes über, als eine Rohrbombe zu werfen. So. Tja, ich könnte dir drohen. Könnte mich damit aufwerden. Aber ich will ja eigentlich so ein bisschen handeln. Diesmal. Ganz genau. Das tauschen wir einmal durch mit ihr. Sehr schön. Jawohl, Christine. Sieben. Dass es mal aufwärts geht mit ihr. Das ist ja total scheiße gegenüber den anderen. Das Charisma. Und du könntest hier nochmal trainieren und das reparieren. Und sie könnte das mal reparieren. Und vielleicht, ich gehe mal gucken. Großes Haus mit Nikolaus. Den hat man ja, den Generator hat man in der letzten Folge aufgewertet. Das, der nicht mehr so schnell kaputt geht. Der Kasten. So. Mittelgroßes Haus in sich. Ja. Hä? Wer kommt denn da? Händler? Dann nehme ich die Motoren. Und das ist das Einzige, was ich dort nehme. Weil die können wir zur Not zu treten machen. 18. So machen wir das. Joshua, Joshua, Joshua. Nochmal trainieren. Das kann nicht schaden, wenn der das macht. Anschließend schlafen. Oh. Das ist Angela. Jemanden in der Ferne. Ne, ne. In der Ferne machen wir das schonmal gar nicht. Das Kind geht jetzt nochmal aufs Klo. Dann hattest du alle Bedürfnisse so ein bisschen befriedigt. Ich denke, dass du das alles untersuchen solltest. Da gibt es Patronen. Die muss aber mit. Die nehme ich mit. Dafür schmeiße ich irgendeinen Mist raus. So. Das können wir, glaube ich, alles decken hier. Außer die Bücher. Das können wir stacken. Klebeband, glaube ich, auch. Farbe auch. Feder habe ich eben rausgeschmissen. Und die Wolle nicht. Und das auch nicht. Hm. Und die Sicherung habe ich angeklickt. Weiß ich gar nicht. Tja, aber die Bücher. Da habe ich schon sechs davon. Na gut, dann nehme ich sie halt nochmal mit. Wenn ich schon so viel im Inventar habe, dann schmeiße ich die Blasterflasche raus und nehme die Bücher mit. So schön. Halt, Blasterflasche habe ich ja rausgeschmissen. Sehr gut. So, wo ist denn jetzt der kleine Zipfel hier? Der wird nämlich anschließend Funkspruch abgeben für Händler. So ein großes Haus. Ja. Und ich wollte auch nochmal auf der Karte so ein bisschen gucken, ob vielleicht ein neuer Quest auftaucht. Aber ab und zu informiert das Spiel einen nicht. Hier ist nämlich schon wieder was. Ne, da waren wir schon mal Waffenhändler. Also ab und zu informiert das Spiel einen nicht, aber die Quests dauern trotzdem auf. Okay, wir könnten erstens mal hier am Pinboard gucken. Ne, das war nicht das Pinboard, sondern wo stand denn das hier? Aufgaben. Ne, wir haben nichts zu tun. Mittelgroßes Haus in sich. Gucken. Ich glaube, das können wir wieder aufeinander stapeln. Das auch und das auch. Und den Rest nicht. Doch. Radio, Radio. Lassen wir da. Na ja, gut, ich kann es mal einpacken. Mensch, ich wollte eigentlich mehr Blutprints. Das klappt ja überhaupt nicht. Stephen. Stephen. Stephen könnte jetzt hier nochmal trainieren und schlafen. Und der radioaktive Dampon geht wieder hoch. Das durchsuchen. Und ich habe direkt gesagt, das Kind soll hier Frequenzen abhören. Funkspruch abgeben für Händler. Ah, jetzt haben wir einen Blutprint gefunden. Glücklicher Glücksschläger. Oh, der ist ja geil. Auf dem bin ich die ganze Zeit schon ziemlich scharf gewesen. Muss ich ehrlich sagen. So, dann fliegt jetzt so ein, das Metall raus. Obwohl, ich habe noch eine bessere Idee. Hier der Baseballschläger. Und wir nehmen das Blutprint dafür. Das können wir übereinander stacken. Sehr schön. Das auch. Die Träte auch, weil ich ja gesagt habe, die nehmen wir mit. Bären auch. Nee, Bären nicht. Bücher. Holz. Okay, die Platten könnten wir noch einsacken. Wir können sie auch weglassen, weil die Dinger hier, na gut. Der Nachteil für diesen Autoteilen ist, dass die Slots brauchen. Hier die Ventile zum Beispiel. So was. Ich mache ja ein Geschrei um diesen Kram. Hier den einen Motor. Bären mitnehmen. Da mache ich ein Geschrei mit den Bären und Platten. Und dann resette ich ja das Spiel. Und dann ist der Kram eh wieder raus. Also wenn ich jetzt speichere. Beim Neustart ist dann der ganze Kram wieder weg. Also Bären, Bücher und Platten. Was war denn mit dem Hemden? Ja, das ging. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil ich ja schon gesagt habe, wir lassen den Kram ab heute da. Und dann mache ich es irgendwie nicht. Ach hier, das Benzin noch. Das sagt doch mal was. Motor habe ich jetzt gesagt. Nö. Wir können aber hier mal gucken. Naja. Wir haben noch 100 Slots frei. Ich würde mal sagen, das reicht die nächste Zeit. Ich habe extra Platz gelassen, dass wir hier noch eine zusätzliche Kiste hinstellen können. So. Essen schaut es auch ganz gut aus. Na, es geht. Wir könnten mal ein Vieh. Aus der Falle ziehen. So. Jemand in der Ferne gesehen. Davon schleichen. Also mit denen möchte ich mich jetzt eigentlich nicht kloppen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir das dann. Deswegen tue ich jetzt immer an den Joshua so ein bisschen arbeiten. Und das wird einer von den Schlägern von unseren Türsteher und Schlägern. Was ist denn das für ein Ding? Stemmeisen. Hm. So. Das Schleppi können wir sogar noch übereinander stapeln. Keine Vorkommnisse ist auch gut. Im Labor können wir glaube ich noch nichts fertigen, weil wir schon alles verfeuert haben sozusagen. Benzin brauchen wir ja momentan gar nicht. Weil unsere Brennkammer hier Holzkohle verbrennt und so. Da können wir auch den ganzen Abfall wieder so ein bisschen reinwerfen. Können wir ja mal gucken, ob wir irgendwas haben. Das Benzin nimmt ja leider nicht. Also es bringt nichts. Es ist total sinnlos. Da haben die sogar... Es macht ja auch Sinn. Was bringen die Wolle? Hm. Nicht viel. Der Nagel? Auch nicht viel. Fell? Radioaktives Mittel? Nein, hätte ja sein können. Die Platten? Hm. Die Holzkohle bringt am meisten. Oder was immer das auch ist. Normale Kohle, ne? Kohle. Ein schmutziger, schwarzer Stein. Für den Kram haben wir auch relativ viel. Brennt sogar eine Stunde. Können wir zur Not durchfeuern. Das finde ich gut. Und der Kunststoff hat glaube ich zwei Stunden gebracht. Ist auch nicht verkehrt. Also ab einem gewissen Level tun wir das dann einfach verfeuern. Hier haben wir die ganzen Schutzwesten, weil ich eben keine mitgegeben habe. Farbe. Farbe sollte eigentlich sehr gut brennen. Und auch die Radios sollten super brennen. Aber noch eine Stunde. Das finde ich ein bisschen dünn. Hier können wir zur Not Kunststoff draus machen. Aber ich nehme es gerne auch bei Handelswert 1, das Zeug. Und Steine. Man kann ja auch so eine Statue bauen. Da wollte ich eh mal was gucken. Jetzt gerade nicht. Mal sehen, ob wir das mit dem Rainer vielleicht machen können. Es gibt doch hier so eine Statue. So eine Beruhigungsstatue. Wo ist denn das Ding? Das da. Skulptur. Skulptur. Ein Stück geformten Steins oder Marmors. Kunst wirkt sich beruhigend auf das menschliche Gemüt aus. Das können wir leider nur drin bauen. Und das braucht halt hier, wie ihr sehen könnt, irre viel Platz. Man kann das auch mit Bildern machen. Das könnte der Rainer jetzt machen, wenn er schon mal ausselektiert ist. Das nehmen wir alles mit. Das sind jetzt die... Wer ist denn das jetzt? Welches Team? Ich weiß gar nicht. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Der Rainer. Soll. Mal so zwei, drei Bildchen aufhängen. Wo sind denn die Dinger? Hier. Gemälde. Da brauchen wir Holz, Nägel, Farbdose und Nylon. Das haben wir alles. Und die müssten eigentlich hier hergehen. Das sind jetzt die Gewehrfallen. Deswegen geht das nicht her. Das ist schlecht. Normalerweise hängen die Bilder nämlich hier oben. Sehr gut. Und die hängen... Ja, die machen sich da einfach ganz gut. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen optimieren. Schade. Sehr schade. Mir ist das etwa an Basis. Großes Haus in Sicht. Ja. Wir müssen uns das angucken. Ich versuche, wenn es viele sind, zuerst die Flucht. Und wenn das nicht klappt, dann halt Rohbomben. 14, 11, 11, ja, das ist gut. Der Hund kann ja nicht, leider nichts sagen. Da tauschen wir einfach nochmal durch. Und das tauschen wir auch durch. Und sind fertig. Haben wir alles. Baby, alles was du hast, haben wir auch. Hm. So. Dann versuche ich das hier nochmal. Ich komme einfach nicht dazu. Ja. Das übereinander stapeln. Essen geht nicht. Ja, da muss irgendwas zurückbleiben. Das können wir nehmen. Und das lohnt sich nicht, hier den einen Sack. Das können wir, glaube ich, stacken. Okay. Dann schmeiße ich raus. Ich habe eigentlich genug von allen. Ich kann irgendwas rausschmeißen. Ich kann auch zur Not hier den dummen Bär rausschmeißen. und lieber den Schrott mitnehmen. Das bringt unter den Strich einfach mehr. Also der Schrotthaufen bringt mir persönlich mehr. Muss ich ehrlich sagen. Weil da Rohre drin sind. Und der Bär wird sowieso resettet. Können wir das nicht übereinander stecken können? So. Transistor geht nicht. Tschüss. Ich wollte hier nochmal versuchen umzuräumen. Ach, scheiße. Da hast du keine Chance umzuräumen. Eigentlich will ich die nicht ansprechen. Okay, das sieht ganz vernünftig aus. Anthony. Da können wir eine Runde beten. Bei ihm. Dass unsere Mission erfolgreich verläuft. Bedrohen, fliehen, rekrutieren, handeln. Das heißt gar nichts, wenn ich... Dass der so vernünftig aussieht, wenn ich jetzt sage, handeln, ne? Scheiße. Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht, dass das nicht zieht. Wir hätten ihn einfach bedrohen sollen. Okay, jetzt versuche ich es nochmal. Falsch. Kirche in Sicht. Das und das. Ne, das Hemd lasse ich da. Und das Radius schmeiße ich auch wieder raus. So. Der Rainer ist immer noch ausgewählt. Schutzraum umgestalten. Es geht nicht. Das funktioniert nicht. Wir müssen... Das müssen wir anders machen. Also mit den Bildern. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt, man ist richtig weiter. Ja. Cordill ist super. Das nehmen wir auch mit. Das können wir verbrennen. Und ich... Schade. Dann... Den Sack weg. Wieso habe ich denn den Sack eingepackt? Das verstehe ich überhaupt nicht. So. Das sind 114. Dann scrolle ich mal hier runter. Nein, nein, nein. 114. Das ist ein schlagkriegender Macht. Den behalten wir mal noch. Das ist ein regulärer Baseballschläger, ne? 20. Wir werden sowieso dann diesen Glücksschläger machen. Das heißt, wenn wir vorher nicht den Löffel abgeben. Und dann können die Dinger hier raus. Ich schmeiß mal zwei raus, was egal ist. 40. Auch hier so ein Messer rausgeschmissen. Da haben wir schon mal 60. Die Maschine kann raus. Sind das 40 Zolls da? Okay. Dann brauchen wir bloß noch 14. Scroll, 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 14. 14. Ich finde das ein guter Deal. Da kann man nicht meckern. So. Tankstelle in Sicht. Guckst du. Aber, was machen wir jetzt mit den Bildern? Vielleicht bekommen wir hier irgendwo was drüber. Objekte untersuchen. Voll. Aber die Gasmasken hätte ich gern. Die hätte ich gern. Von denen haben wir 57. Wo sind die Dinger jetzt hier? Das können wir übereinander stapeln. Das Klebeband ist gut. Sehr schön Gewehrmunition. Sehr cool. Das können wir, glaube ich, stacken. Das nicht mehr. Schade. Dann den Schalter raus. Essen mitgenommen. Kaffee können wir übereinander stapeln. Das nicht. Rohre können wir stapeln. Das auch nicht. Aber Schalter, glaube ich. Ja. So. Jetzt klicke ich alles noch ein bisschen an. Okay. So ist eigentlich gut. Ich glaube, die Scharniere auch. Was total für ein Popo ist. Da habe ich 123 zu Hause. Schalter 56. Sicherungen. So. Rainer ist immer noch ausselektiert. Ach, jetzt könnt ihr mich mal echt. Mir reicht's. Ich will hier ein ordentliches, schickes Bild aufhängen. Und ihr geht mir ständig auf den Sack. Das klappt aber nicht so richtig. Das klappt aber nicht so richtig. Dann hängen wir es erstmal hier in zur Not. Reißen wir es wieder weg. Funkspruch annehmen. So. Radiantiver Tampon. Reparieren. Ach, dann repariere die beiden Sachen hier. Das sind die wichtigsten Sachen, dass die funktionieren. So, das können wir glaube ich alles einpacken. Weil die beiden Mädels ja nicht so viel finden da oben. Kimberley, was wird denn das da? Du sollst es doch reparieren. Nicht durch die Gegend schweißen. Reparieren. Und der Recycler ist kaputt. Und anschließend... Die ist doch automatisiert. Die kann doch selber irgendwas machen. Dann reparieren. Jetzt hauen wir noch ein bisschen was durch den Recycler. Kimberley. Hör mal auf damit. Was soll denn das? Schrottplatz in Sicht. Was ist das? Eine Lichtmaschine. Das ist keine Zündkerze. Ich brauche doch eine Zündkerze. Zum Geier. Ja doch. Die haben wir davon. Da können wir doch einen mitnehmen. Den können wir nicht. Echt? Wir haben keinen Platz mehr. Wer hätte das gedacht? So. Ich würde sagen, wir sind auch schon wieder am Ende. Das geht aber recht flott, ne? Die ganze Geschichte. Nochmal Patronen. Die nehme ich. Und ich nehme auch dein ganzes Holz. Zur Not kann man das nämlich durchfeuern. Du hast echt coole Sachen. Muss ich mal sagen. 135. Wenn ich die Batterien noch nehme, kann ich eine Pistole drauflegen. Was vielleicht überhaupt nicht sinnvoll ist. Ich meine, ich kann auch anderen Kram drauflegen. Aber wir haben genug. 300! Da bin ich jetzt schon ein bisschen geizig. Ja, wenn die 300 für so eine Pistole zahlt, dann hat alles andere auch einen höheren Handelswert. Die Farbe hat 10, die Gasmaske 20, so eine Schutzweste immerhin 80. Den behalte ich mal, den kleinen Rucksack. Das hat immerhin einen Handelswert von 60. Und hier ist so ein Kram. Platten und Beeren. 160. Ja, komm. So ist echt super spitze. Ausgezeichnis. War ein guter Deal. So, Kimberly, du sollst eigentlich pennen. Wieso machst du das nicht? Du bist automatisiert und pennst nicht. Trainieren, schlafen. Der Rainer hat ein hübsches Bild da unten aufgehängt. Das passt sogar so ein bisschen zum Hintergrund. Oh, Blueprint. Brecheisen des Bibliothekars. Das ist, ja, vielleicht zusätzliche Intelligenz. Und die Intelligenz ist beim Überreden, Rekrutieren relevant. Das können wir alles mitnehmen. Oder fast alles. Das finde ich cool. Ich glaube, Beeren können wir stacken. Können wir nicht stacken. Scheiß drauf. Ja, wir müssen den Kram unbedingt heimtragen. Hier, Leiterplatten raus. Blueprint eingesackt. Farbe eingepackt. Obwohl wir jetzt schon so viel haben, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, das mitzunehmen. Die hätte ich ganz gerne. Wie haben wir da jetzt? Wo sind die Dinger? Hier, zwei. Dann machen wir es so. Mit den Nägeln ist das auch so ein Kiki, ne? Ach, ich bin fast geneigt, die Hemden da zu lassen. Oder so ein Quatsch einfach, ne? Und anstelle hier noch so ein Schalter sollte man mitnehmen, weil da haben wir sehr wenig von. Drei Blueprints alleine hier in dem Team. Das ist... Müssen wir wirklich aufpassen. Hier kann ich noch mehr draufpacken und Klebeband draufpacken. Und die Dinger draufpacken. Absolut hart. Bären lasse ich diesmal da. Aber das eine Essen könnte ich vielleicht noch einsacken. So blöd ist das nicht. Kaffee hat man auch genug. Dann trinken wir in Zukunft einfach ein bisschen mehr Kaffee. Warum nicht nur? Dann wird die Kaffeemaschine auch so ein bisschen eingesetzt. Rohbomben wollte ich noch fertigen. Das werde ich jetzt gleich noch machen, wenn ich die Geschichte hier abgeschlossen habe. Ah, wisst du was? Ich mache das jetzt so. Weil es mir wirklich egal ist. Okay, mit den Rohbomben. Der Rainer hat das hübsche Bild aufgehangen. Also wird er jetzt hier noch die ein oder andere gute Rohbombefertigung. Weil die sollten wir wirklich immer aufs Eis gelegt haben. Immer vorredig. Die sind wirklich wichtig. Ja. Da gehen immerhin drei Rohre drauf für die Dinger. Und den Recycler müssen wir ausräumen und bestücken. Und dann muss ich mich wirklich ausklinken. Sonst kriege ich einen Anfall. Dann machst du diesmal hier so einen Sack Radius durch, dass die einfach wegkommen. Und hier wieder solche Dinger. Mache ich immer fünf. Und Gläser zu Linsen. Dann haben wir auch mal so einen ganzen Slot freigemacht. Und hier unten ist noch so ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, so ist eigentlich gut. So machen wir es. Aber es ist gar kein Metall dabei diesmal. Ne, brauchen wir auch nicht. Wenn der ein bisschen schneller fertig ist. 18 Minuten immerhin. Dann, es kommt ja jetzt Nachschub. Dann füllen wir das eh wieder auf. Hier einmal trainieren und schlafen. Und jetzt steht er da. Jetzt habe ich ihn. William. Buch lesen und schlafen. Weihnachten. Das benutzen. Und hier reparieren. Tja, in der nächsten Folge werden wir die ganzen Blueprints heimschleppen. Die neuen. Drei Stück haben wir. Dieses Blitzmesser, Brecheisen des Bibliothekars und noch eins. Ganz vergessen, welches das jetzt war. Ach, der Glücksschläger, ne? Die Geschichte war das. Der Glücksschläger ist cool. Da sollte man immer ein Team damit ausrüsten. Habe ich sehr, wie soll ich sagen, erfolgreich oder sehr gute Erinnerungen dran. Sagen wir es mal so. Ach, dusch doch mal. Was Besseres fällt mir bei dir gerade nicht ein. Aber ich muss mich jetzt echt ausklinken. Es geht leider nicht, aber so eine Knarre werde ich noch mitnehmen. Nachdem ich mich hier durchgeklickt habe, das passt soweit ich weiß alles rein. Einmal lassen wir zurück. Das sind 25. Das ist mehr als genug. Klebebandstecken, Nägelstecken, Bücher geht nicht. Bücher geht nicht. Ne, weil wir schon den ganzen Sack haben. Aber die Platten. Und so eine Flinte können wir noch einpacken. Ich glaube, da kriegt man auch Hohre raus. Ich bin aber unsicher. Weiß ich nicht genau. Ich nehme jetzt einfach mal noch so eine Knarre mit. Und dann schmeiße ich auch so ein. Mal sehen, vielleicht finden wir noch was Besseres. So. Das ist zwar wertvoll, aber im Augenblick ist es mir wurscht. Kaffee hätte ich noch mitnehmen können. Na gut. Okay, wir sehen uns in Folge 54. Dann mit den ganzen Blueprints, wenn nichts dazwischen kommt. Ich habe gerade gesehen, hier, da ist wieder ein Häschen. Das müssen wir, dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Blickwinkel raus. Wenn ein Häschen drin ist, dann sieht man das so schlecht. Das kann ich alles mitnehmen, ist ja aber. So, aber jetzt endgültig. Tschüss.